Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coop Seasons von den APK Gaming Pros natürlich ist wieder mit dabei einmal der Alex Hi Lolo und ich bin hier Jojo der kleine Nougat nein der großen Nougat der Kiel große Nougat in den kleinen Nougat jeden Tag aus dem P aus dem Arsch drückt so muss das sein nein alternativ ist es so ungelenkig genau wie genau wie du nur dass er besser kicken kann ja und ein paar mehr Euro verdient noch ein paar mal Euro mehr wert ist was nicht mal gelogen ist ja sein spielerisches ist besser mehr wert ja ich mein 40 Millionen ist schon ordentliches Brett hier oh ne kacktritt Jo egal scheiß drauf wenigstens ist Sonnenschein aber nein das ist ein Fehler das war kein Inkompetenz also was so gedrückt ein Städter macht da im Klick ganz nah krägt den Mann der Focke das für Wünschke prägt jetzt als übe das ist bestimmt Alter da als womit ins ausdrucken wunderbar kommt laufen die schönstelle da oben ich habe ein bisschen anlänge mit martin ist um dazu gestattet ihr euch so ähnliche namens so verwendet werden 9 der verbande machen man zu kids Martins er geht wir wollen wir auch ein EU-Wohnen für die und fährte doch berührt uns ausgeschleppt und und noch da ja hallo die Strecke so jetzt kommen wir auf geht's hier ist zwar schwul Madrid aber die können wir unsere Eier lutschen kleinen Kiddies da Lauf aber wie ist es schon mal gut dass es sich durchgesetzt das hätte ich noch nicht mehr erwartet um auch genau noch laufend vorbei laufend haben so auch schnell ich weiß anhandlos schneller er hat besser Penisse los würde ich sagen man gedacht er meint penetriert komp war die Krono um ja auch kommen wir sie pergaben wir haben für die Ehe und spielst du Mieter Achtung auch Schaden der Köln der Rollfleisch durchstammt und dann ganz weit erweigen also die Liga nicht im anderen einfach vor ja hier ist diese große Weißungen mit großer Verwaltung muss man drücken Wenn man so denkt, groß, oh, Gewaltschuss, das funktioniert. Mit seinem Nougat-Schuss, eh. Wenigstens, das hat er auch bei WM, hat er das wenigstens auch, eh. Der Nougat-Schuss hat er wenigstens, eh. Auch so einen hohen Wert. Ey, so, ohne Scheiß. Halt, ich hätte auch viel mehr Zeit gehabt. Sorry. Okay, wenn man dieses überhektigte, eh. Ja, das klingt nicht. Fresh My Down, Alex, eh. Ja, ich hab ihn, Tor frei, mit direkt drücken und dann, oh, Football. Das ist alles, oh, nice. Ja, komm, hallo, ich lasse mich zurück. Oh, Junge. Oh, schade. Junge, gib dir. Chill, chill down. Guckst du neuer, oder was? Ja, ja. Oh, sag dich halt, der dämpelt den mal aus. Ne, ne, der macht dann manchmal automatisch. Dann ist scheiße. Gegend. Fass. Alter, ich kann voll den lecker haben. Ich auch, kurz. Ja, komm, gib mir den. Komm, gib dem nicht mal einen Zug, eh. Oh, was war das denn jetzt für ne Scheiße, was der angezeigt hat? Spiegelb aufgezeichnet, oder was? In den Spiel, Digga, wieder. Schönerlich. Ey, ohne Scheiß, Dante. Das ist doch total unnötig, dieses. Ich weiß, Dante ist so ungelenkig, der sollte einfach ganz normal zu Dings gehen, zu Alaba runter. Tja. Und Dante macht da einen Akt draus mit seinen Scheißknüscheln, die fetter sind als seinen Arsch, ey. Geil, jetzt Tor. Ja, komm. Aber wieso machen wir das? Mit Fritten, Pommes, Berry. Mann, ich wollte da nicht runterpassen, ey. Ich weiß, deswegen hast du dich auch so dahin gedreht. Junge, okay, gegen ihn ja noch. Junge, überhaupt nicht eng oder so gerade gewesen da, bei mir. So. Bitte, wenigstens tu, danke. Da stehe... Ach Gott, Berry. Ich finde, du warst zehn Kilometer am Abstand. Ja, ich weiß, deswegen habe ich schnell einen zurückgezogen, als ich direkt gesehen habe. Das war doch zu spät dann. Du hast ja nur noch gepasst, aber... Nein. Ich will doch mal noch kürzer. So, wie es gewollt war. Oh, immer als Austern, ey. Das war Standard, mittlerweile. Ja. Laufdruck. Falten noch zusammen mit dem Buschkopf-Mähne. Noch rüssiger. Boah, Junge. Boah, Junge. Wenn der ankommt, hat der Gegner ein Problem. So, runter. Schmeißen wir hier. Oh, runter hast du gesagt, okay. Nicht direkt... Nicht direkt... Ja, sorry. Ey, ich... Ach, komm, Alex, ey. Inkompetenz wieder, ey. Einfach so diese Drückgeilheit, ey. Drückgeilheit, ey. Was für ein Wort, ey. Krieg der Reverie. Oh, Leute, man tut mir nicht, weil ich nicht, weil ich nicht, weil ich nicht, 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 nein, ja. Sondern so, indirekt. Ja, komm. Ja, komm. Boah, nice. Scheiße. Pierre holt's raus, ey, nur ich bin voll scheiße wieder. So. Komm, komm. Teamleistung müssen wir das machen. Ja, genau, mit einer Hand, mit einer Hand auf dem Rücken, ist klar. Was für ein Angeber. Was für ein Angeber. Was für ein Angeber, ey. Was für ein Angeber, ey. Weißt du denn? Ja. Hört die eine Hand auf dem Rücken und nehmt den Ball mit einer Hand auf, ist klar. Das geht überhaupt gar nicht. Das wird dir jetzt aber echt genauso, Mann. Hört eine Hand auf dem Rücken. Ja, und deine Ball aus der Luft fangen mit einer Hand. Ist klar. Ja, die Chancen sind schon wieder geil, ne? It's so gonna. Magic not. Ey, wir haben für unsere Chancen uns mit. Ich hätte aber unsere Chancen müssen. Nein, ich bin so schwarz. Egal. Aber schwarz sein ist nichts Schlimmes. Ja doch, man ist schwarz. Und man wird von ihr allen gemobbt. Oh. Nein. Eigentlich nicht. Und von allen angezündet. Oder damals sogar umgebracht. Von den Amerikanern. Und von uns? Ne, von uns wurden auch keine Schwarzen umgebracht, sondern nur Juden. Ja klar. Und die Amerikaner ziehen sich daran ja immer so geil hoch. Dabei haben sie irgendwie zehnfach an Nickern umgebracht, als wir Juden. Und trotzdem tun die sich daran hochziehen, um uns als Nazi zu beschimpfen. Aber die haben es mit Nickern viel schlimmer gemacht. Oh Gott. Der hat jetzt Kassiers eingewechselt. Mit Diaco Nicker-Lopez. Boah. Ja genau. Torwart. Ja Robory. Ob nicht laufen, einfach stehen bleiben. Geil. Wenn die, ist jetzt schon nicht zehn Jahre früher gepasst. Komm. Boah. Oh, ich gibt dir. Das sollte da eigentlich erstens direkt mit der andere Hand gehen. aber auch nicht als die Ball noch irgendwie keine Ahnung annehmen wollen dann weg machen eine Leile auf zwei Meter noch was da war da war da war die Lücke nur durch und zu erlauft doch dahin und der Männer stehen dann war nach schlösser sorry irgendwie keine Ahnung der Skript voll langsam gewesen auf einmal hier kommt dann zu sein mal fresh mann mann nutzt mal einen Kopf zu nahe anstrahlen Mitte genau der kommt auch noch dran auch abseits sind alle haben sie bedacht und aber nicht mit mir laufen ja jetzt schon läuft runter und die war komplett frei nicht alle 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 ja mann ja ja wo das gefühlt man weiß nicht mehr davon vertreten können wir zu beschießen Jürgen mit Kürtel Kürtel sie glaubt über den Tor gemacht wird im Kurs ist weiß ich bin extra so gern so geil wird und gelaufen nice von uns wurde aus dem Kurs jetzt im Fettzack vorbei ich wusste du 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 siehst ist ein Laufmann zu gehen ich muss genau den nationalen mutter und die bindung der gegenseitig 3.000 mal gepasst aber ja passiert ja genau so knapp zum Flanken in die Mitte weil ich schon gewusst habe dass ich selbst dann nicht mehr zum Abschluss kommen Martian hätte den nur kurz vor ich hab schon dies gedrückt dass er den über über in die Mitte Haupt quasi weiß den Pastor früher auch nicht 20 Jahre später mal morgen der so tiefer ach Junge was von Grenzen und in sich direkt wieder Ojo ja kommt die mehr gehen irgendein von den Müll Müll die Worte zu tun zu bedrückt haben und dann läuft er noch 2000 Meter um das sind die Kulappen Nais Nais die Sikmais mit Schweini und dann schwachen Fusser wie bei der Mann haben wir geistigen Kurs für den Wieser noch weggelegt wenn dieser Fettbewerb schon ist und begehrt ich stehe davon rumspieler zu gezielt für stehen bezahlt eine Bohr ich bin die Gegner mit dem Unternehmer mit sich Na gut, dann war es das mit der Folge von heute. Weil die Psyste, ihr wisst ja, das ist das Knackpunkt. Naja, dann haben wir schon mal gesagt, das war es von der Folge, wir haben gewonnen und ja, hau rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.